Ein Ball kann das Welt andern. Du kannst auch. Bitte spenden. Ein Ball kann das Welt andern. Du kannst auch. Bitte spenden. Wie machen Sie mit den Menschen? Wir sind jetzt ein Team mit der Pfilippen. Wir müssen die Pfilp-Pilp-Pilp-Pilp-Pilp-Pilp-Pilpp-Pilp-Pilpp-Pilp-Pilp-Pilpp-Pilpp-Pilpp-Pilp-Pilpp-Pilpp-Pilpp-Pilpp-Pilpp. Und wir sind auf hier in den Philippinen zu starten mit der Ball. Back to the goalie hier. Nice, führte zu Nummer 15 in der Mitte. Nummer 15, der Kapitän in der Mitte, der Bounsing Cross da. Nice shot für den Start, gut start. Nice shot da, aber es war blockiert auf der Seite. Hier kommt der Zwitserland, Nummer 6 in der Back. Back auf der Nummer 8. Nummer 5 auf der Top, da. Looked wie er auf die Schöpfe, aber nicht die Chance. Nummer 8, die Kontrolle. So, back over its side. Nice shot across here. Zwitserland ist da, aber sie haben ja eine Chance zu machen. Good play, da. Nice block. The crowd rohs its approval. Und das ist ein Ohn-Goal. Das ist ein Ohn-Goal. 1-0 Philippinen. Und das ist ein Ohn-Goal. 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 1-0 to the Philippinen. Und das ist ein Ohn-Goal, aber wie ich gesagt habe, Und das ist ein Ohn-Goal. Und das ist ein Ohn-Goal. Das ist ein Ohn-Goal. Nice, Peter Cross. Der Freak, der Swiss hier. Ein bisschen auf der Tug der jersey. Hier ist der Nummer 5. Der Nummer 8 ist gut, der Kapitän ist Nummer 15. Sehr gut, und der Türe! Und der Türe! Oh, das ist der Post! Er nimmt es zurück. Nummer 7 hier. Auf der Kapitän. Nummer 7. Back across. Das ist ein Goal! Das ist 3-0! Immediately, the Philippines are on an instant attack here. The Swiss have yet to find a way to guard against this constant attack. And here's Salih, Nummer 10 again. Oh, das ist auf der Post. Das war sehr close to 4. Again! Beautiful play by the Philippines here. Still inside. Good defense by Nummer 8 to keep it to his goalkeeper. Nummer 7. Very hard tackle, but it is considered clean. Woah, das ist weg. Und dann wieder nach der Kreese. Und dann in die corner hier. Switzerland in die Seite. Nummer 8. Trying to feed it across. Into the corner. Back out to Nummer 8. Right back. Nice feed across. Das ist ein Goal! 4-1. 3 oder 4? Nice play there! I'll double check that one. No, please do. Here's the Philippines with the throw in there. Out to number 10. Feeds it to his captain. Nope, keeps it around. Back out to the side. The captain, Soriano. Number 15. Back across. Soriano again here with the ball. Number 15. With the shot. Nice block. Oh, nearly. Nice play by number 10. Celis, they steal the ball back there. Shot. Good block by the defense there. Number 7. Nice play there. Good job shielding. Celis, number 10 with the ball here. Feeds it out to the captain. Soriano. Soriano. Nice block again. The Swiss. Nice blocking there. And right back to the goalie. Number 5 here with the ball. The captain. Oh, we have a giveaway. Oh, good save. Rebound. Oh, good defense by number 8 to keep that one out. To stop that attack before it really got too far. Number 5. Good block by number 15. The captain, Soriano. Oh, immediate counterattack. Immediate counterattack there. Right across. Oh, that's the post. And again. Soriano slows the pace down here. Number 7. Right across. That's a goal. Celis, number 10. That is 4-1 the Philippines. And immediately two men.